bei Herzen er war mal lieb er ging sich nicht mehr erledigt dafür hast du ein ganz großes Herz auch auf Rettung anruf ab und der Lied ich habe einen Nähnen Nähnen Nähnein ist okay ich habe zu wissen kann man nichts ich halte aber die Presse jetzt und ich juckt gerade unter dem Auge oder mit dem Marsch da mehrfach hoch hihihi ich habe ein Bild geben ausreichend nicht sterben noch eine halbe Herzen eine halbe Herzen Schattenjagd Loll warum ich hier auf der Euro ist nichts wo es sich das anuntergang das ist das auch ich liebe Sonnenuntergänge ja damit du bist da mit dem normalen texture pack was ganz ehrlich ich soll sich schämen ja ich stehe mich aufs kalt einfach weil ich es kann scheiße wenn ich ihr ganz ehrlich was machen wir jetzt eigentlich hier wenn ich jetzt runter bin ich tot ne warum denn du kannst du da runter einfach leiten oder nicht tot ne warum denn ja weil die die Liane die Liane ähm hat so geendet hat so geendet ja das hat so geendet die hat so während in der Mitte so geendet und ich hatte ja nur noch ein neuer Herz die Liane ja warte kurz davor ich will kurz gucken wo der nächste Blitz einsteht ob der Typ in der Nähe ist dann kill ich den und wenn nicht dann ihr könnt ihre Werbung stehen auf 25 Euro steht hier am Baum ach komm ganz ehrlich ähm äh wie geht es nochmal mit dem Left äh es nemo ähm wo ist es da drüben nemo was findet nemo was ist mit nemo was ist mit findet nemo hä was du hast gerade gesagt kennst du findet nemo oder was hast du gerade gesagt ich hab grad von dir verstanden kennst du philip nemo achso ähm findet nemo ja der der eine Fisch sagt doch irgendwie er ist wo auch fast oder von scheiße dann guckt das immer bei mir oder ich guck das echt wer mit mir mit meiner Mutter angepasst äh was angepasst äh hat so angeguckt und ähm dann hat er irgendwas ach scheiße auch was weiß denn hier noch niemand so what the fuck wo müssen wir hin durch welches Tor gebe dir ich gebe dir das Tor ja ich bin nemo mit meiner Mutter angefasst ja klar sowieso wir müssen auch mal neun bist du runtergefallen ja aber man fällt nicht nach ganz unten Ding ähm was sollen wir euch tun wenn du zu mir kommst oh scheiße ja wir wollten doch auf weihnacht auf weihnachtsmacht ja wir gehen ja nicht gleich am Anfang wenn du zu mir kommst auf dem weihnachtsmacht schon oder ja dann gehen wir zu dir also du willst ja keine real-life-videos machen ja du willst ja keine du willst ja dein Gesicht nicht zeigen im internet im bösen internet nein oder willst du es doch ja in einem Video von waaah in einem Video von waaah in einem Video von waaah nein also ich hab's gesehen wie weit ich war guck mal da bist dahinten wo der Typ jetzt ist da bis dahin war ich Leute das sind Leitern an der linken Seite leck mich am Anus aber kreuzweise leck mich am Ars am Arsch kann sein dass du gerade ganz schön oft versagst ja ich will da nicht mal weiter das war keine Ars haha du musst auch sprinten Junge hm ja Junge 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 ja wenn ich in dem Video waaah im Video von dir findest du nicht so schlimm hä was ja was hä du verwirschst mich gerade ja ich konzentriere mich hier und dann hallo 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 oh mein Gott ich bin so cool so flauschig ne jetzt muss ich nicht eigentlich da an die Leiter oder wie ist ja voll easy alter aber ich bin runtergefallen was ist das für ein Scheiß das ist übel einfach alter das ist richtig 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 einfach ja ne ok ok das ist schwer ja ok gehen wir in ein anderes oh mann ja wo slash spawn slash spawn und dann wieder da durch und dann in ein anderes gehen wir in das zweite also in das rechts daneben wo wir gerade rein sind also direkt einfach geradeaus weiter ja ich bin nicht blöd ja ein bisschen schon oder also ja ok bin ich blond ok ich glaub du hast dich gefärbt also dein anus deine arschhaare hast du gefärbt nein ähm ja ne ich glättere ja meine arschhaare ja ich weiß deswegen sag ich ja ja das ist ja mal ne coole adventure map oh mann ne ich bin nicht ich bin nicht entschuldigung was hast du gesagt nix ficken warum benutzt du solch warum benutzt du solch ein 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 wortschatz du dumme nutte weil wegen kartoffeln na oh mann oh yay ähm toll hä das ging doch gerade mit durchjumpen alter 19 ist auch schon lang vorbei alter ganz ehrlich die sollten wir updaten hier ein bisschen oh das hast du musst die ersten sprünge immer immer machen und dann nach zwei springen immer anhalten und dann die springe wo danach kommen die sind ein bisschen weiter dann kannst du eigentlich durchjumpen NEIN ich war so weit 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 hat er auch mal einen jump and run gemacht und dann ähm war der irgendwie so ja der da halt ans ende kommt der bekommt halt mannus ja mannrüstung oder so oh yay das mach ich mal hab's aber nie geschafft und irgendwann hab ich's geschafft damit wollte ich grad sagen ja ich hab ich hab's geschafft krieg jetzt die mannrüstung und genau dann haben sie den jump and run weg gemacht lol mal behindert tja der ist ja ja immerhin mit verarscht wa haben mich verkackt eiert alter ich schwöre ich komm da nicht bis ganz nach oben ach jetzt ist auch endlich Tag wieder ich glaub jetzt schaff ich's mit nachtnüsse der Link hat nen Erdkopf lol alter der Link hat wirklich nen Erdkopf alter scheiße alter alter ganz ehrlich was das wirklich nen Erdkopf ja halt wirklich ich muss ja ganz ehrlich sagen ne ich muss mal für kleine Mädchen nicht für große du bist auch schon groß ne ich bin ganz kleines Mädchen ne ich bin voll klein und voll behindert ach was ne dass ich klein bin dass ich klein bin ja ja dann viel Spaß ja dankeschön gutes Gelingen und sowas ne weißt du Bescheid so gut dann sind wir ne Runde alleine ähm ihr könnt ihr übrigens auch mal in die Kommentare schreiben wie ihr das so findet mit Jana dass wir da so ein bisschen zusammen ähm Hunger Games und auch hier als Adventure Maps zocken beziehungsweise einfach so ein bisschen naja zocken ähm ich weiß überhaupt noch gar nicht alle wir nehmen jetzt schon glaub ich über anderthalb Stunden auf oder sowas das gibt ja vier das gibt ja es gibt ja fast es gibt ja zehn Folgen fast äh und das kann ich ja nicht alles als Special hochladen das geht ja nicht ich meine bis jetzt werdet ihr es natürlich sehen wie ich es hochladen aber aktuell weiß ich ja noch gar nicht wie ich das hier alles hochladen werde also ob ich jetzt sage ja wir machen einfach ne neue Rubrik auf und ich lad das irgendwie täglich statt Arkania oder Battlefield hoch weil das Arkania kommt ja zurzeit eh nicht und Battlefield auch nicht ähm oder ob ich das hochlad da wo Risen kommt also da wo eigentlich ab nächstem Jahr Risen kommt aber es kommt ja jetzt um die Uhrzeit noch nichts muss ich über den kompletten Dings updaten ähm weiß ich jetzt noch gar nicht wie ich das mach Alter schon ich bin zu beschränkt um diesen Wichssprung hier zu machen er leckt mir da um an das ist doch scheiße 1 2 1 2 1 1 ups oder scheiße 1 2 tja habt ihr aber auch versagt jungens oh mein Gott ich hab auch versagt scheiße Mann fuck der mich vermisst du warst aber richtig schnell jetzt das Bad ist direkt neben mir also nicht neben mir sondern ja wahrscheinlich so wie ihr wollt ihr müsst ihr müsst euch vorstellen ja das ist ein typischer Gamer also so eine typische Gamerin die hat irgendwie die Sitz wahrscheinlich auf dem Klo mit ihrem Laptop und dann einfach alles rauslassen und dann äh neben ihr direkt irgendwie die Mikrowelle und der Kühlschrank und so einen Scheiß Schmerz das muss nicht jeder wissen ok ja tut mir leid und du meintest ja die Bilder auf Facebook zu veröffentlichen hab ich dir Vertrauen erzählt und du naja Vertrauen sagst du deinen tausend Facebook-Freunden auch weißt du ja auf denen du das Bild veröffentlicht hast ich hab mal letztens meine ganzen Facebook-Freunde ausnotiert hast du wirklich? hab ich nicht soll ich auch mal machen das soll ich mal bei Skype machen ja über 750 Skype-Kontakte alter es ist halt auch gerade ohne Witz so viel mit YouTube und sowas weil einfach dann ja erinnere mich halt kurz auf YouTube mittlerweile jeden Tag wenn ich online komm allein weißt du ich 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 schreib nur ich schreib nur ein paar Leute an mit denen ich halt auch wirklich irgendwie schreib und sowas dann mit denen ich halt auch zu tun hab der Rest sind alles irgendwelche YouTuber die mich dann irgendwie mit meinen anschreiben zu müssen oder irgendwelche Leute die irgendwie irgendwelche Spam-E-Mails schreiben oder so einen Scheiß hab ich irgendwie wenn ich morgens den Rechner anmach hab ich dann irgendwie abends 20 Skype-Fenster offen obwohl davon ich irgendwie nur 3 am chatten bin oder so einen Scheiß weißt du das ist irgendwie ein bisschen doof Facebook hab ich jetzt 43 Freunde und in Skype 22 na gut das reicht mir hast du hier noch Ding äh unseren wie heißt der der kleine hier der schmackofatzigen schmackomat hier wie heißt der? äh mit dem du irgendwie in Skype hast dein Privataccount und sowas ja das muss jetzt nicht jeder wissen spark oh phoenix hehe jetzt weiß es jeder jetzt weiß es jeder ja ne also ihr müsst wissen äh spark hat also äh spark hat sie nur privat weil sie ihm immer ähm porno Bilder äh schickt ich mein wegen war es denn auch sonst ich bin baul ja du hast mir noch voll du hast doch gesagt ja ich soll das irgendwie mal erwähnen weil das voll toll ist ja weil die dich alle ätten sollen weil die bekommen die von dir dann auch und so ja ich hab's ja schon abgelehnt mit nem Grinsen aber ähm ja ja klar man ich fall immer runter das ist doch scheiße ey echt auch ganz ehrlich weißt du da ist Avatar da ist Avatar da ist Avatar da ist Avatar ja der war blau da ist Avatar der war blau eigentlich ist eigentlich ganz ehrlich das ist eigentlich so langweilig diese Jumpsprünge einfach nur aus dem Grund weil du einfach nur geradeaus nach oben springen musst ähm aber trotzdem du willst es einfach schaffen irgendwie ne aber das kriegst du mir nicht hin jup kennst du Trainer äh ja Trainer Ludwig ist hammergeil ja oh ich liebe den so krass jetzt spring doch danke ähm hier so geht bei drei Blätserle und für mich aber halbe Ah aber einfach n wer hat ein ganzes Grinsen über das ganze Gesegel der ist mir voll unsympathisch Männer Rudelbildung wir machen wieder ein Scherbeweg mit wenn wir Rudelbildung gemacht wird wieder ein fertig das ist es ist wir können ja auch mit der Oma Oma aber die Klinik ist es neu von von der Pressekonferenz gern eine Ahnung Nennen ihn jetzt Fettzack Nennen ihn Maschine